Hi everybody, welcome back and we are here today to do Shanettes favorite Yin-Yoga-Pose. One of my favorite. One of her favorite, yeah. Okay, so, was machen wir? Schildkröte heißt diese Haltung, weil die Yin-Yoga-Haltungen immer ganz bewusst andere Namen haben als Young-Yoga-Haltungen. Also sie heißt die Schildkröte und es kann man auch ruhig wörtlich nehmen. Also wenn du sie versuchen möchtest, bringst du die Fußsohlen zueinander, lässt die Knie nach außen fallen und dabei ruhig die Fersen so ein Stückchen weiter weg vom Körper geben, sodass sich das angenehm anfühlt. Was wir im Yin-Yoga auch machen, dass der Rücken rund werden darf. Also du kannst jetzt ganz bewusst den Rücken rund werden lassen, schauen wohin dich das führt. Und dann kannst du versuchen die Hände entweder über den Beinen abzulegen oder auch einzufädeln unterhalb der Unterschenkel. Und vielleicht möchtest du auch einen Block nehmen, den du zwischen den Fußsohlen platzieren kannst. Also im Yin-Yoga probieren wir ganz viel aus, was hier gut passt. Den Kopf stützen und hier richtig loslassen. Das kann man auch gut, indem man die Handflächen einfach nach oben zeigen lässt und ganz aus der Kraft rausgehen. Und dann eine Position finden, in der du zwei, drei Minuten oder vielleicht sogar länger bleiben kannst. Und dich dann in dieser Schildkröte ohne Kraft hineinverkriechst und dort bleibst und dich ganz auf deine Atmung fokussierst. Nach dieser Zeit dann ganz behutsam, ganz langsam dich wieder aufrichten und aus deiner Schildkröte herauskommen. Ich bin immer gut, ganz langsam dich wieder aufhörter. Ich bin immer gut, ganz langsam dich wieder aufhörter. Ich bin immer gut. Ich bin immer gut. Untertitelung des ZDF, 2020